ja hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play arno 1800 es ist super cool ist dieses eingebaut haben sie zwar ein bisschen seltsam aus aber es ist halt auch ein aufbauspiel und der person die punkten halt auf das im brustkorb der hat mit uns zu spät dann gehen wir mal wieder zurück ich will die ganze zeit der BASD drücken, aber das ist ja das falsche. So, 90%, ähm, jetzt mal Küllerei, ah genau, da haben wir ja gerade das aufgebaut. Warte, das war ja, Eisenmine 15, zwei Küllereien, zwei Hochöfen und ein Stahlwerk, so ungefähr. Stahlwerk, haben wir, Hochofen. Können wir noch eins bauen. Aber dann, warte, was ist das? Das ist die Schule. Ah ja, die Schule kostet ja ziemlich viel, ne? Die kostet, äh, 20 Stahl. Okay. Hm, ich muss mal kurz, äh, wieder, es passiert immer, wenn ich, äh, davor eine Session, ähm, von, äh, Rome to the War aufgenommen hab. So, okay, Fisch geht runter, Kleidung geht runter. Okay, das heißt, ich muss Fisch nochmal, also Fisch haben wir gerade... Zeit für Nickerchen im Stroh. Äh, ne. Hm, also da müssen wir eigentlich, äh, nochmal, bisschen was dazu bauen. Ich würde sagen, hier kommt dann, äh, später das Glas hin. Und dafür bauen wir, ups, äh, Lagerhaus. So, äh, genau. Und nochmal... Ich baue mal hier hinten nochmal zwei Fischereiser hin. So, ähm, und Arbeitskleidung ist zu wenig. Also hier haben wir drei, ja, okay, der ist auch, ähm, überlastet. Ja, das kommt dann erst bei den Handwerkern kann man das bauen. Ähm, dann, ganz ehrlich, dann mache ich, äh, hier nochmal, hmmm... ja, doch, eigentlich... ja, komm. Dann mache ich hier noch ein, äh, Warenhaus. Weil die ist dann total überfordert gerade. Öh, ein Berg. Ähm, und ich brauche noch... der hier ist, Eisenvokon. vorkommen, dann... ja hier, ich brauch noch mal noch mehr Häuser. Äh ne, das ist falsch. Ähm, machen wir zuerst bauen halt. So. So. Spielstand gespeichert. Und hier. Bang. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Wow, das ging ja schnell, ne? So. Alles in Ordnung soweit. Mh, den pushe ich jetzt auch mal. Bei Steine, ja Steine habe ich gerade nicht mehr so viel. Deswegen warte ich dann doch noch. Dem Anschein nach ist das ja die blasseste Form von Mittelmäßigkeit. Genau, 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 genau. Ähm. Ja, das ist Wurst. Und jetzt brauchen wir noch, äh, Seife. Äh, eine Minute, eine Minute und 30. Okay. Dann... Mh, das machen wir dann auch einfach hier. Wenn wir hier schon mal alles vor der Schweine haben. Mh... Das ist nicht gut, was ich gerade gemacht habe. Ähm... Weil hier geht einer hin. Hier, hier. Und hier. Ah, das ist hässlich. Ah, nein. Ah, und dann... Warte, ich habe zwei Schweine gemacht. Jetzt brauche ich, äh, zwei von denen und eine von denen. Fast so, als hätte ich es ausgelassen, ne? Ähm... Hier. So groß ist ein... Krass. So groß ist ein Daggerhaus. Wupsi. Ähm... Ha. Nur ein bisschen groß. Warte, dann mache ich das hier hin. So. Gut. Das können wir ja dann später noch machen. noch ein bisschen, äh, umändern. So. Mh... Warte, Feuerwehr geht. Nicht ganz bis hinten. Das heißt, hier wird auch nochmal, äh... Warte. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Gut, dann zeig mal her. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Jo. Kannst du mal her. Kompromissloser Journalismus. Warte, und jetzt? Äh, ich habe nämlich gesehen. Sir Archibald Black. Womit kann ich dienen? Ähm... Rumpf, Werkzeugkiste, Rasegel. Mh... Die, ähm... Die Händler... Bieten manchmal... Oh. Feuerwerk, süß. Die bieten manchmal, ähm... Sogar, ähm... Saatgut. Zehntausend, ne. Das ist... Du siehst aus, als hätte dich die Königin geschickt. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Okay, der, ähm... Macht nur, wer Schank wird. Äh... So, so, Person. Gut. Dann... Eben nicht. Weil ich... Ich wollte, ähm... Hopfen kaufen, weil Hopfen ist ja nur da unten. Ein bisschen... Äh... Wenig. Ein bisschen wen. Ah, genau, genau, genau. Ähm... Jetzt kommt nämlich auch... Noch ein bisschen... Wolle. So, nämlich... Äh... Mh, 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 mh... Hatte drei... 13.000, ne. Ein... Lipp. So. Spielstand gespeichert. So. So. Und das ist, glaube ich, 1 zu 1, ne. Ja. Super. Dann... Bekommt der jetzt auch noch einen Push. Mh, mh... So. Hals geht natürlich hin nach unten, aber das ist egal. Genau. So. Was ist das? Kupfervorkommen. Das brauchen wir dann später. Dann können wir mal kurz schauen, warte, Witzhaus. Ah, Witzhaus, Witzhaus, Witzhaus ist hier. Ah, wuh. Witzhaus ist ja... Er hat ja ein riesen... Ding. Okay, Polizeiwache. Das... Machen wir mal... Hier und... Gegenüber. Nicht ganz an der Straße, weil... Da... Kann man noch viel besser was haben. Mh... Stahl... Minus 100. Okay, dann machen wir nochmal... Ja. Machen wir nochmal einen... Und so einen. Und... Warte. Nee, ich war... Die ist aber falsch. Die ist aber falsch. Und... Wir brauchen jetzt unbedingt Hopfen. Ach, sie sind viel zu gut zu uns. Ah, nee. Das ist... Ah, genau, genau. Das ist Luxusbedürfnis. Jetzt brauchen wir noch Schule. Und dafür brauchen wir halt hier ein bisschen mehr. Was kostet die? Ach so. Die können wir ja jetzt bauen. Super. Mh... Und dann... Ja, stimmt. Das hat mich ein bisschen nervt, dass das so... Ähm... Ja. Nicht perfekt nach... Äh... Also hier aufhört. Also der mittlere Streifen. Aber hier ist halt... Steinkohle vorkommen. Aber das verschiebe ich ja eigentlich eh alles dann. Am Schluss auf eine andere Insel. Das Lager ist voll. Das Lager ist voll. Jep. So. Hm... Die nehmen... Nehmen wieder... Oder immer noch mal. Schönen Tag auch. Volles Lager. Ja. Echt? Holz ist... Holz ist voll? Ne. Hm... Aber bald. Warte mal. Ich kann doch... Äh... Ein Lager machen, ne? Depot. Genau. Ne. Das war's nicht. Hafenmeisterei, oder? Äh... Nutz-Items... Ne. Ne. Das war's nicht. Depot... Ja. Auf der Insel. So. Plus 50 jetzt, ne? Jetzt können wir, glaube ich, äh... 200. Ja. Jetzt können wir wieder schön weiter arbeiten. Hm... 10 Stein... Stein ist immer noch... Ziemlich in... Also, äh... Stein kann man wirklich nie genug haben. Deswegen werde ich hier mal... Warte... 50... 25... Äh... das heißt, ich... Ich brauche 100. 100 Arbeiter. Aber hier passen doch, äh... noch welche rein. Vermehrt euch mal. Warte... Das... Das machen die dann, wenn die... Schule da ist. Ach... 20... Wir haben ja... Nur 300 plus... Das ist ein wenig... Gespeichert. Die nehmen immer noch ab. 100 Prozent. Hm... Okay. Ah, genau, äh... das... äh... Es gibt jetzt... eben... die Möglichkeit, dass man bei... der Diplomatie... äh... Anteile von... von anderen... kauft. Warte... ähm... Aktionen... Aber hier... Ich hab noch nicht ganz, äh... verstanden, wie... Ja, egal. Warte... Ich kann ja... Was ich für mich tun kann? Echt weg. Okay. Hat gerade nix. Jeder muss für sein täglich Brot arbeiten. Da teilen wir wohl die gleichen Ansichten. All die verlorenen Seelen, die sterben würden, um zu... Wie wär's mit... Eine Hand wäscht die andere. Hm. Man tut was man kann, um zurecht zu kommen. Ja. Und das stimmt. So, also retten sie ihr Schiffbrüchige. Und ich soll Geleitschutz geben. Schoner steht bereit. Ähm... Warte... Dann kann nicht das da... Auch... äh... Verkaufen. Bis 100. So... ähm... Wo ist der Geleitschutz? So... Hm... Das Emporium Exotik benötigt deine Dienste. Äh... okay. Ich hoffe, du findest es aufregend. Das hat ja alles noch ein bisschen Zeit. Gut. Ah, hier, ich bekomm... War noch nicht genug. So, die arbeiten auf 100%. Der auch. Okay. Das heißt, ich kann eigentlich die da... Aufmerksamkeit der Fehlproduktion. Hä? Okay. Ja, mach ich. So. Und nein, jetzt hab ich's automatisch... So, dann hab ich's ausgesungen gemacht. Na ja. Hab ja genug Ruhstoffe. Ah, genau. Zur Stelle. Jetzt kann ich ja das da wegtun, ne? So. Und wo ist... äh... holen sie von... äh... So. Segel setzen. Nach da. Gut. 15. Gleich kann ich die Schule bauen. Admiral auf der Brücke. Äh... Wieso wirst du stehen geblieben? Äh... Ups. Segel! Ähm... Bereit für neue Befehle. Äh... Segel! Ähm... Ähm... Sollte ich... Den da? Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Ne, ich... Ich... Ich soll... Ne, ich soll schon den da. Ähm... Das Treibgut... Äh... Das Treibgut... Lass ich mal... Stehen und Liegen. 16a... Okay, wie sieht's jetzt mit den Klamatten aus? Immer noch? Ist das mal was? Alter, und... Der ist auch ziemlich am... Huder... Aber... Irgendwie so, als eine... 24-Ges... ...ist doch besser. Das war doch gut. 20 Steine, ja, ich... Ich lass' es mal. Weil... Das sind ja eh 2. Und passt. Passt schon. Noch mehr will ich eigentlich gerade nicht. Kann ja eh gleich gleich das machen. Komm, komm, komm. Nein, da bin ich schmutzig. Ich kann sie bauen. Oh, gleich bekomme ich viel mehr. Ja, überall ist jetzt einer mehr reingekommen. Oh, süß. Warte, 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 wie geht das? Ja. Oh, oh. Diesen Sonntag stelle ich Frage aller Fragen. Hi. Oh, Luftballon. Oh, okay. Boing, boing. Schau mal da an der Fahrrad. Krass. Das können wir doch erst später bauen. Begleitest du mich ein Stück, Schätzchen? Okay. Ach, was für prächtige Fäder. Hallo, gucci, 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 gucci. Okay. Na gut. Äh. Oh, ja. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ja, dann, dann anweise mal. Zum Leuchtturm. Wo ist der Leuchtturm? Nein. Warte, du bist auch? Wir helfen, wo wir können. Ja, die sind so krass langsam gegen den Wind. Äh, das sieht man hier. Aber, nein. Gut. Wie sieht's denn aus? Also, Kultur ist nix. Natur ist 288. Feierlichkeiten. Umweltverschmutzung. Unorte. Ach so. Ah, das ist ja alles. Hm? Warte, das ist doch, ähm. Koordinaten eingezeichnet. Schneider, schneider, schneider. Guck mal. Hm. Okay, die sind jetzt stabil. Das ist gut. Whisky geht, äh, Schnaps geht nach oben. Ja, doch, doch. Das, das passt schon. Gut, warte dann. Wie du deinen Laden im Griff hast. Schona steht bereit. Okay, und jetzt? Hier. So. Ähm. Irgendwas wollte ich gerade machen. Nam, 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 nam. So, hochrüsten wollte ich noch nicht. Also, ich wollte noch nicht auf, äh, Handwerker machen. Das mache ich dann nächste Folge. Ah, genau. Ich, ich wollte schauen, ob die... Ich stehe zur Verfügung, falls sie jemals eine helfende, wenn auch leicht arthritische Hand benötigen. Nein, der, der hat halt keinen... Nee, ich will, ich brauch, ähm... Willst du etwas kaufen oder suchst du meinen Rat? Ich will, ich will, äh, Fruchtbarkeiten auf meinem Land haben. So. Spielstand gespeichert. Ich habe halt auch, äh, nicht sehr viel, äh, Geld. Und das, äh, sterben muss halt. Ähm. Segel habe ich viel. Die könnte ich, äh, jetzt mal, äh... Ähm. Pausieren? Wo denn? Was? Ah, da hinten. Wie irgendwie. Oh ja, ziemlich viel. Äh, ziemlich viel. So. A, dann, dann haben die mehr. Und das ist gut. Es sind gerade meine... Es sind meine Schiffe, hier eine. die flammen sind außer kontrolle gar nicht wahr ist es getan süß 4000 hätten sie drei kleinen vögelchen könnten von dir das fliegen lernen auf der brücke ich mal mit dem großen dahin alles ist verbrannt ich muss ja auch langsam steinstraßen machen hier steinstraßen sind zwar teuer aber die die machen das ganze umwelten schneller so mal auf 18 steine die 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 damit sei es langsam angefangen steine sind ja ich ich komme hier unten jetzt siegel und zwei steile und die flammen wurden gelöscht ich bin gerade und sie wird nur wurde beendet schnell es ist schon wieder 30 minuten gut dann warte mal wo ist es gut dann würde ich sagen das bergen machen wir nächste runde und danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen und nächste runde werden wir dann zu den handwerkern hochsteigen bis dann bei bei Musik Musik Musik